Jo, Matrosen, ich bin Captain Nero und herzlich willkommen bei dem neuen Part. Let's get the Platin. Also, das ist Great Fear. Black Flag. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier. Wir probieren jetzt hier die Glocke zu sabotieren. Aber hier werden als wieder Sachen überwacht und aufgestellt und gedemütigt und gewass-weiß-weiß-ich-t. Alter, der ist aber auch echt... ...verdammt. Ich muss halt hier so einen Schlüssel finden. Und, ähm... Wo komme ich denn dann nicht vorbei gerade, ey? Gehe ich jetzt mal hier rein. Stopp, ja. Habe ich gerade gesehen? Jetzt pfeife ich nicht so. Hä? So. Oh, oh. Dankt. Dankt. So, wo ist denn der Schlüssel jetzt hier? Schweig du nah. Loll. Dein. Kommt der jetzt hierher? Na gut. Guckt der irgendwie in meine Richtung oder so? Hm, der kommt jetzt hier vorbei, oder? Sehe ich das richtig? Das ist einfach ganz gegen das Lager aus Blüten dann. Aber... Der gute Neon muss erst mal hier an dem vorbei. Kommt der? Kommt der? Die. Der. 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 Er wütet auch da oben rum, weiß nicht, was er machen soll, glaube ich. Jetzt guck ich nochmal hier, jetzt guck ich nochmal da. Wie zum Plündern? Ja komm, dann mach doch auch. Jetzt. Jetzt ging's, jetzt wieder, ne jetzt ging's wieder, sorry. So, jetzt muss ich die noch hier sabotieren. So. Interagieren. Ui. Ui. Coolisch, Willy. Verdammt, ich den Kämpfer gelassen. Was? Das gibt mir grad ne tolle. Gefällt mir sehr gut. Das war jetzt mal cool. Das war jetzt mal cool, dass das so funktioniert hat. Auf. Aufmachen. Eins. Zwei. So, jetzt mal hier hoch und das Fragment erholen. Ach, zack. Dü, 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 dü. Jetzt bin ich jetzt hier drauf. Verdammt. Dam, dam, dam. So. So. Zack. Jetzt geht es hier weiter zur nächsten Mission, Freunde. Gleich hier voll durchstarten. Verdammt. Verdammt, verdammt. So. Du hast nichts gesehen, Freundchen. Soll ich jetzt mal wieder hier hoch? Nein. Du hast nichts gesehen. Komm hier jetzt hier hoch. So. Genau. Genau, genau. Nanu. Na, was macht er denn schon wieder? Edward. Zieh hoch. Genau. Zack. Hu. So. Jetzt bin ich jetzt synchronisierend. Üppisch. Ding, dü. So. Hier ist noch eine Truhe. Und zack. So. Da ist eine Musiknot. Ich probier's jetzt mal zu erreichen. Hey, was macht er denn? Ich probier's jetzt nicht mehr. Ja. Hm. Nehmt's jetzt hoch, gell? Ja. Ey, wie komm ich jetzt da hoch, Freunde? Aha. Aha, aha, aha. Ich glaub, ich weiß wie. Hier rüber, jetzt hier hoch. Hier? Kann ich hier rüber? Ne, dann kann ich hier drüber springen, genau. Ne, schade. Der von außen rum? Ne. Wie komm ich denn da hin? Warte, wo ist das denn überhaupt? Ey, das ist hier doch nirgendwo. Ach. Oh. Toll, hätte ich hier ja stundenlang suchen können. Gehst du mir wieder zurück ins Schiff? Ans Schiff. Ja, super, Edward. Das war Glanzleistung. Was ist das hier oben eigentlich? Oh, was ist das hier oben eigentlich? Das peil ich gerade nochmal aus, Freunde. Was richten Sie die Form an der vorgebenden Objekte aus? Ach so, vielleicht... Ach so, vielleicht... Oh. Okay. Oh, nein. Graben. Einen Meierstein erhalten. Cool. Sehr cool. Alter, wie jetzt, Freunde? Wie geht's dir, Edward? Ah, nicht schon wieder Start, ey. Verdammt. Jetzt muss ich hier runter. Was ist hier? Bedeutet das Regeneration eigentlich, der Kreis hier? Oder heißt das, dass ich da an Anker gehen, also da an Bord gehen, also... Dass ich hier an... Halten, andocken, genau. Alles klar, gut, da hab ich das auch verstanden. Nooo. Yeah. Oho. Oho, yeah. Volle Kraft voraus, Freunde! Captain Neron befehlt es euch. Da, da... Ja, gut, äh... Gutes Gucken. Jo, oh. 6.50 Uhr haben wir schon. 5.50 Uhr. Ich hab die, äh, gestern die Uhr noch hier, äh, wegzustellen, also umzustellen. Wegzustellen. Ups. So, jetzt ist man hier wieder runter. Zack. Hey, gibt's Hörschfelle? Willst du stehen bleiben? Ja, was war denn jetzt? Sorry, muss ich mal häusen? Oh. Leicht verbuggt. Hörschpelz. Brauch ich dafür, äh... Sorry. Brauch ich doch für meine Waffen oder so. Weißen. Hm. Muss mir wieder nachlernen. Lass die Zeit. Die kann ich nicht abschießen, gell, das geht nicht. Nee. Gut. Dann! Meine Damen und Herren. Halt, stopp. Wenn ich grad, wenn ich da so vorbeilaufe, dann kann ich auch grad mal die öffnen. Zack. Oh, jetzt sind sie an zu regnen. Okay. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Episch. 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 Episch! 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 Ja... Ja... ... ... ... Zack, abspringen. Zack, wieder abspringen. Zack, wieder abspringen. Oh, wie so dramatische Musik. Oh, vielleicht ist das irgendwie gefährlich, wenn ich gerade mit dem Schiff unterwegs bin. Angemessen Verteidigung. Interagieren. Freunde. Auf unsere Piraten, Republikmänner. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schulden eintreiben. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Ja, wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, wären wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder, Camry. Das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Clowne Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu körpern. Hast du eine im Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett. Und lahm. Oh, oh. Die Elmere-Kraftspirren. Hm? Was haben wir hier? Oh, wie cool ist das denn? Schildkröten. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ich finde, Schildkröten finde ich ja total cool, ey. Ja, jetzt habt ihr ein Geheimnis von mir rausgefunden, Freunde. Und hier ist ein neues Schatz. Zack. Ein neues Schatz. Ein neuer Schatz meine ich. Zack. Okay. Alle Drohnen auch gefunden. Die muss ich erstmal wieder zu meinem Checkdown. So. Ich bin da gleich 20 Minuten. Ich bin da gleich 20 Minuten. Die Zeit geht drum. Das ist unfassbar, Freunde. Unfassbar. Unfucking fassbar. Gut, dann... Guck mal, wie weit ich jetzt hier noch komme. so